Ich lege euch auch noch auf der Seite, gell? Apropos, weil wir es gerade vor Ostern haben. Die Gerede sind ja die kleinen Frauen, die sind ja krummig. Gar nicht, weil wir das ja die Kirche dafür auch wieder gestaltet haben. Wieso? Das geht nicht. Warum? Ja, weil uns, er darf doch an Ostern einen Geschmack bekommen. Ich lege auch nicht, bitte. Wir wollen ja nicht messen, dass wir das ja noch viel schöner an Ostern machen werden, als du sie. Tja, das wird jetzt geklappen. Schön. So was ist doch für euch Eko-Profis überhaupt kein Problem. Ja, aber außerdem gegen die Wangen müssen wir schon sauber sein halten. Da steht unser Sohn, die Ehre auf dem Spur. Hältst du uns? Bitte? Nein, es ist nicht so gut, ich habe es euch selber eingelacht. Also, wenn sie einen Ostern wohnen haben wollt, fühlt ihr euch frei, dann wird sie schon selber liebreden. Dann sollte das hier noch nicht arbeiten. Das hier ist doch nicht so viel. Dein Glück! Das Frauen ist ding vor, ich habe schon mal zitiert. Wie wäre überhaupt das viel mehr? Ja, du hast die 2400, das weißt du genau. Hast du wahres? Nein. Dann sprich nicht so große Töne. Hör auf dir.